Wenn er runterkommt, dann warten da auf jeden Fall so ein paar Creeper. Creeper, also 1000 Creeper, würde ich mal sagen. Oh mein Gott, ich hab 1000 Creeper gespawnt. Oh mein Gott! Ciao, Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dem Kai. Mit dabei ist heute der einzig wahre tolle Kai. Einzig wahre toll ist so ein Adjektiv, was jetzt eher nicht passt. Aber Leute, wir sind heute auf dem meines.net-Server und wir loggen uns natürlich ins Report-System ein. Und heute machen wir mal eine bisschen längere Folge, wenn es hinhaut. Also es kommt immer darauf an, wie viele Hacker wir tatsächlich heute bannen können. Und wie lange es dauert, quasi einen Hacker zu finden. Okay, also der Nice, der hier soll hacken. Bin mal gespannt. Ähm, der kann... Lol. Also Autoklicker hat der, glaube ich, schon mal drin. Wenn sich das so öfter klicken... Also wenn man das so klicken hört, Leute. Ist das dann Autoklicker? Guck mal, wie er es auch drin hat. Er schlägt auch durchgängig. Hier, das ist doch voll verdächtig, dass er das durchgängig drin hat. Ja, das sieht mir sehr verdächtig aus, dass es Autoklicker ist. Also Leute, das sieht mir sehr verdächtig nach Autoklicker aus. Sehr, sehr verdächtig. Okay, Leute, ihr könnt jetzt hier oben, ähm... Ne, da oben. Da oben könnt ihr jetzt abstimmen, ähm, ob er Autoklicker drin hat. Ich werde ihn jetzt voraussichtlich erstmal wegbannen. Ähm, ich werde mir aber die Abstimmung mal angucken und noch einen Mod drüber gucken lassen danach. Ähm, und je nachdem, wenn er einen Entbannungsantrag stellt auch noch, dann wird er wohl... Ja, aber das sieht mir sehr verdächtig aus. Also wird der, liebe, erstmal gebannt. Für die 1-2-Hacking, für Autoklicker. Also das werde ich nochmal beobachten. Und, äh, dann, äh, ja, könnt ihr jetzt hier oben abstimmen. Also da oben. Wir sind jetzt in Gun Game. Und übrigens, Leute, wie gesagt, bei manchen Hackern bin ich mir auch nicht immer 100% sicher. Ja, bringt aber nichts, in den Kommentaren zu schreiben. Ich könnte irgendwie keine Hacker erkennen. Ich glaube, meine lieben Freunde, mit, äh, 2 Jahren meinsoh.net und sämtlichen Hacklines, die hier schon drauf waren, habe ich mehr Erfahrung als ihr in den Kommentaren, wo ihr vielleicht ein Jahr Minecraft spielt oder zwei Jahre. Also, das geht jetzt an die Leute, die so dumme Kommentare unten reinschreiben. Und deswegen, also, tut mir leid, aber ich glaube, dass ich mich besser auskenne. Aber natürlich, manchmal kann ich mich auch täuschen. Deswegen, ähm, schreibt das gerne unten rein. Und natürlich könnt ihr ja, ähm, bei den meisten Hackern auch mit abstimmen jetzt heute in der Folge. Warte, er ist tot. Das werden wir gleich sehen. Ob er hackt. Ja. Ja. Guck mal, er krittet alle. Alle meine Treffer werden gekrittet. Ja, das sieht schon sehr verdächtig aus, oder? Und, äh, guck mal, er. Ja, ich guck mal, bitte. Mach irgendein. Oh, leid. Ja. Da gemacht. Guck mal, er. Muss er jetzt hin? Leute, ist der Ruhe da? Der Ruhe-Dwee-Tan. Ja, glaub ich auch. Das auf jeden Fall. Den hat, das habe ich gerade gesehen, wie er den Kopf bewegt hat. Warte. So. Der ist auf jeden Fall weggebannt. Und der andere, hier, der hackt doch auch. Der. Warte, wo ist der jetzt? Wo ist der jetzt? Ich weiß gerade nicht, wo der ist. Hier, der H. Ja, der hackt auch. H. Kann das, oder so. Ja, der hackt. So, weg mit dir. Der kittet auch alles. Okay, der ist auch gebannt. Okay, also der hat ein Team Gelb soll hacken. Ich geh mal ein Troll-Modus, du kannst auch gleich mitkommen. Troll-Quanturix. Jetzt solltest du Troll-GM machen können. Achso, okay. Äh, der ist irgendwie ein Team Gelb. Ja, gut. Ähm. Team Gelb. Ja, Team Gelb ist der. Okay, er schlägt schon mal die ganze Zeit. Könnte wieder Autoclicker sein. Guck mal, weil er die ganze Zeit durchschlägt. Ja, wir sind auch Wendisch jetzt, hoffe ich. Ja, sind wir. Guck mal, weil er schlägt die ganze Zeit durch. Er schlägt halt wirklich die ganze Zeit. Vielleicht. Jetzt hat er es wieder aus. Ja, er steckt durch. Sag mal, ja, das sieht aus wie Toggeln, oder? Er geht, guck mal so. Ja, guck, 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 lol. Also, das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Wir können ihn ärgern. Wenn er die ganze Zeit, wenn er die ganze Zeit, wenn er die ganze Zeit Dings trifft. Warte, sag ich mal schlagen? Ja, warte, Knockback hat er bestimmt. Das ist mir sicher. Ja. Gucken wir gleich mal, wie er kämpft. Ist das vielleicht sein Freund, der andere aus dem Team? Ja, guck mal, wenn er jetzt hier... Also, Kill-Auer oder sowas. Also, Knockback kommt er ja auch. Guck mal, er schlägt die ganze Zeit durch. Das ist nicht normal. Scheiße. Man kann ihm Dinge aufheben. Das wusste ich nicht. Ja. Ja. Aber guck mal, er baut sich auch relativ... Hä? Was im Teufel macht er? Das ist so... Das gibt überhaupt keinen Sinn. Hä? Das ist so verwirrend. Ich weiß jetzt nicht, was er gerade treibt, Alter. Ja. Er hat geläbt. Ich glaube, da kam gerade seine Mutter rein. Ich guck mal, ob er noch online ist. Nee, er ist nicht mehr online. Also, wahrscheinlich kam gerade seine Mutter rein. Leute, stimmt mal, hier oben... Jetzt... Äh, da oben... Ich zeig ihm mal die gleiche. Der stimmt jetzt mal da oben ab, ob derjenige gerade, ähm, Autoklicker drin hatte. Wie gesagt, bei Autoklicker bin ich echt noch nicht so erfahren, weil es das ja auch noch nicht so populär, ähm, gibt. Das heißt, wirklich stimmt mal oben ab. Dann werde ich mal gucken, wie viel... Und schreibt es doch gerne nochmal in die Kommentare. Ähm, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten vielleicht, Hacker. Mal bitte, ob der Knockback bekommt. Ja, wahrscheinlich, hm, gar kein Knockback bekommen, oder? Ja, nö, 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 kein Knockback, nö. Nö, Knochen, Knochenbrowser, nö, kein Knockback. So, jetzt zeigen wir dir mal hier erstmal, was, was kein Knockback heißt. Schau, crazy Knochenbrecher. So. Hä? Äh, lol, was ist jetzt passiert? Wo ist der Typ hin? Ach, er ist in der nächsten Runde. Ja, komm mal her. Komm, noch ein bisschen crazy hier. Ja, ein bisschen crazy hin und her. Na, was nicht. Ja, genau. Jetzt fliegst du jetzt mal runter. Was jetzt? Trial Freeze. So, jetzt bist du eingefroren, hm? Was jetzt? Komm zu dir, ich hab Angst, dass du irgendein Typ mich entdeckst. Hä? Kannst du nicht mehr bewegen? Oh, das ist ja kritisch. Was ist, wenn du ein bisschen MLG machen willst? Was ist hier? Er greift doch einfach an, als wäre es ganz normal. Oh, Leute, ich hab die Map kaputt gemacht. Ups. Ich wusste nicht, dass die Map... Ähm. Ja. Also muss ich mir noch ein Bett holen, weil, Leute... Ich hab halt, da ist was explodiert und ich dachte halt, die Map würde sich durchsetten. Hat sie aber irgendwie nicht. Und deswegen mach ich jetzt ganz kurz den Spawn so ein bisschen spontan. Also der Server startet eh neu. Ich werd das dann gleich noch weitergeben, aber, ähm... Damit man wenigstens richtig spielen kann. Erwarte eins, zwei... Eins, zwei, drei. Drei über dem ist der Spawnpunkt. Gut, okay. Okay, ähm... Hacken soll der Jax Stollmann. Und der ist grad schwiegend, hat seine Hacks umgetoggelt. Er hat grad seine Hacks umgetoggelt. Seine Hacks umgetoggelt. Leut, ich seh's. Ja, okay, das war definitiv Speed. Guck mal. Nein, keine Hexe. Ist hier Toll drauf? Oh, ja, hier ist Toll drauf, Leute. Gib mal Toll, bitte. Oh mein Gott, nein, wir dürfen hier nicht Scheiße machen, deswegen kriegst du es nicht. So, wo ist er? Wo ist er? Leute, da. Ja, moin. Hey, Mann, freeze ihn mal bitte, dass ich ihn töten kann. Boom, boom, boom. So. Freeze ihn. Jetzt warte, ich freeze ihn sofort. Nein, noch nicht, noch nicht. Ich bin noch nicht da. Hier können wir auch mal ganz kurz MLG machen. LOL, LOL. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Ja. Guck mal. Hä? Ah, jetzt ist er tot. Okay. Schade. Wo ist er hin? LOL, komm, lauf wieder raus. Okay, lauf raus. Komm, tut, 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 tut. Und das wird dein Untergang sein. Bam. Ha. Ja, warte, warte. Also echt, er muss gecreased werden. Jack Stallman. Was kann man noch mit ihm machen? Troll. Hey. Troll. Oh, hier sind sogar die, hey, hier sind sogar die neuen Sachen drauf. Hm. Wir können mal blind Jackson. Jetzt sieht er nichts mehr. Ha. Guck mal, er ist komplett verwirrt. Okay, was können wir... Ja, ich sehe ihn. Ey, wir können auch, wir können auch mal ein bisschen Spaß haben hier mit Spawn. Spawn Creeper 10. Ach so, und ich darf nichts kaputt machen. Oh, oh, oh. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich nichts kaputt mache. Okay, hier tun wir ihn rein. Joe, GP, äh, Dings hier zu Fluex. Na, oh, das stirbt er jetzt. Oh, kritischer Hase. Aber das Problem ist, du denkst jetzt, du kannst ihn kommen. Oh, ich tippe dich einfach wieder hin. Tja. Kritischer Hase, oder? Ich würde sagen, viel Spaß in der Sonne. Und, äh, ja. Wenn er runterkommt, dann warten da auf jeden Fall so ein paar Creeper. Peeper, also 1000 Creeper, würde ich mal sagen. Kann sich wieder tippen. Oh mein Gott, ich habe 1000 Creeper gespawnt. Oh mein Gott. Ich bin behindert. Und ich darf kein Troll-Geld haben, weil... Oh mein Gott, Leute. Ich würde Scheiße machen, sag ich. Oh mein Gott. Wofür fühlt man sich so da unten? Ich bin tot. Mach mal 2000. Nein, 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 das waren schon zu viele. Ähm, ich muss diesen Dings da... Wo ist der Typ? So, Jackson, komm mal her. Hallo, warte. Ich brauche dich hier oben, bei den Creepern. Auch wenn er noch immer drauf ist. Ja, ich weiß noch... Oh, lol. Ah, ist wieder drin. Okay, also ich brauche irgendwas. Das kann man... Wir müssen ihn noch richtig abfacken. Warum sind hier Creeper? Okay, das ist jetzt der feine Schuss. Das ist halt, Leute. Komm her. Stirb. Easy. Ist sehr spannend. Sehr spannend. Jacket Dings für die Eins. Also, Leute. Ich hoffe, die Creeper überleben hier nicht mehr so lange. Aber, Leute, wenn ihr hier hinten ins Wasser geht, ist ein ganz kleines Geheimversteck. Hey, lol. Warum fehlt hier das Wasser? Lol. Fehlt einfach Wasser. Ja, moin. Ich würde einfach sagen, hier warten so 1000 Creeper hinten in der Ecke. Also, ups. Ich habe die ein bisschen falsch gespawnt, aber ein paar sind schon da. Warte, ich gehe hin, dass die alle sterben. Oh mein Gott, Leute. Wir gehen mal zum nächsten Ecke. Okay, das sieht mir so aus, als hätte er Autoklicker drin. Oh ja. Weil er steckt die ganze Zeit durchgängig. Ja, ja, ja. Das ist sehr stark, Autoklicker. Definitiv. Und jetzt auch wieder die Blöcke platziert. Hätte er so wen. Guck, und jetzt macht er wieder Autoklicker an. Also, das ist definitiv Autoklicker, Leute. Und dafür trollen wir ihn auch erstmal. Und zwar würde ich erstmal sagen, dass er... Erstmal einen kleinen... Ah, nee, MLG kann ich hier nicht machen. Ich wollte sagen, dass er einfach klein... Einfach mal so spürt, wenn er sich gar nicht mehr bewegen kann. Am besten kannst du deswegen den Barrowstrollen, weil da kannst du alles zerstören. Hey, lol. Was ist jetzt passiert? Ach, er ist nicht mehr da. Der hackt, glaube ich. Ach, egal. Dann bannen wir ihn einfach so, Leute. Tippier dich mal bitte zu mir. Ich glaube, wir hatten noch keinen Lockback bei mir. Okay. Ich komme zu dir. Tipp hier Flix zu Quanten-Turix. Okay, der soll hacken. Der hat doch noch weg. Der reduce ist wahrscheinlich ein bisschen nur. Ja, der ist einfach nur gut. Können wir mal kurz die Stats gucken. Vielleicht. Also Leute, warum ich immer nach den Stats gucke oder so? Wenn die halt wenig gespielte Spieler haben oder so, dann sind es halt meistens Hacker. Aber in dem Fall hat er sogar 167 gespielte Spieler. Also davon 110 verloren und nur 57 gewonnen. Also ich glaube, da bist du einfach schlecht oder keine Ahnung. Aber er kann natürlich angefangen zu hacken, aber das sieht mir jetzt eher nicht so aus gerade. Dann gehen wir zum nächsten. Tja. Na guck mal, er skeffelt sich. Es skeffelt sich. Nein, das war kein Skeffel. Das war kein Skeffel. Das kann man auch so machen. Es kann halt trotzdem Autoklicker. Also die Möglichkeit gibt es sogar schon. Aber er könnte halt trotzdem Autoklicker drin haben. Das ist verdächtig. Leute, kann man? Das ist doch eine Bauart, die geht, Leute. Oder stimmt mal? Also das ist jetzt die dritte Abstimmung für heute. Stimmt mal oben ab. Ist das eine Bauart oder kann man das machen? Oder denkt ihr, das war eine Hex jetzt gerade? Oder ist das eine Bauart? Sonst schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Leute, der hier. Guck mal, geh mal bitte zu diesem Mastrio, ne? Der hackt doch, oder? Leute, guck mal. Ja. Ja, genau. Der Stroll ist hier nicht drauf. Schade. Der Spannmarino, weg mit dir. Jetzt schreibt der Frogo da, obwohl. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich hacke. Leider nicht so genau. Dann hacke ich. Ich weiß es nicht. Ich muss check mal ganz kurz, ob er Dings hat. Knockback. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Da hat er gemerkt, dass ich, da hat er gemerkt, dass ich, dass ich ihn spektelte. Ist er noch online? Ne, da hat er gemerkt, dass ich ihn spektelte. Kritischer Moment. Der Spannbix für die Eins. Spanngame. Okay, also der liebe Prankstein YouTube soll hacken. Ja, genau da ist er. Oh, er hat kritisiert. Er hat kritisiert an. Nein, hat keinen Hacks oder so. Ah, ich kann den Checkmodus gehen. Komm, wir mobben den jetzt erstmal ein bisschen. Mob, 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 mob. Mob, 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 mob. Das war Bibi und Tina übrigens, wer es nicht weiß. Komm jetzt her, Alter. Ich mach dich down. Hä, wo ist er hin? Ah, da. Lol, guck mal. Wurde weggepackt. Das ist Lol, das Anti-Cheat. Brrr, hat ihn weggeflankt. Okay, jetzt, 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 jetzt. Dö, 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 dö. Hallo, Para... Hallo, Paarstein. Hallo. Weg mit dir. Geh. Ist er gequittet? Er ist gegangen, oder? Egal, er wird auf jeden Fall jetzt gebannt für die 1. Oh, scheiße, wie hieß er jetzt? Spann. Äh, Paar... Einfach den Namen auf dir. ...Stein YouTube für die 1. Okay, wurde gebannt, Leute. Und damit, hoffe ich, euch hat dieses längere Video mal gefallen. Äh, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ähm, ich denke, im nächsten Video werde ich vielleicht ein kleines Gewinnspiel machen. Also, wenn ihr Bock darauf habt, unbedingt auch unten reinschreiben, was ihr denn gewinnen wollt. Welche Mindsuffringer zum Beispiel. Und, äh, ja. Äh, wenn ihr Quanturix seht, könnt ihr gerne ihn anspucken. Ähm, haut rein und ciao, ciao! Brr, hallo, die Spucken dich, schau ich an. Boah, ich hoffe, die Spucken dir so richtig ins Gesicht. Sp floods Und, äh, ja. Boah, ich bin froh, die headschuissenergy. agents im Theater feichen. Ja, ja. 0 0 0 0